Ich glaube, das kommt zu mir. Oh nein, das kommt zu mir. Ja, hallo, komm mal her. Ja, komm mal her. Für dich braucht man gar keinen Handschuh, ne? Ja, komm, wir helfen dir. Na komm, na komm, wir helfen dir. Ja, wir bringen dich nicht zu deiner Mama. Ja, hallo, hallo, mein kleines Hörnchen. Mein kleines Hörnchen, wir nehmen dich mit, ne? Hast du deine Mama verloren? Hast du deine Mama verloren? Hm? Hast du jetzt nicht mit gerechnet, ne? Nein. Wenn Eichhörnchen ihre Mama verlieren und total verzweifelt sind, dann kriechen die am Bein hoch. Und dann denken Leute immer, die haben Tollwut oder so und schütteln die ab. Aber wenn die so zu dir kommen, brauchst du dich nicht mehr informieren, ob irgendwo die Mutter ist. Das Tier braucht Hilfe. Guck mal, das kommt zu uns und das will mit uns mitkommen, ne? Willst du mit uns mitkommen, ne? Ja.